Moin, hier ist er, Demi. Ich will eigentlich nicht umkehren. Einfach mal ein bisschen Spaß hier mit der Kleinen heute. Ich habe noch besonders kurvig gewählt. Und hier hoch? Naja, wir machen das jetzt mal, was der sagt. Ich bin also gestartet, bevor die App so weit war. Das sollte man vielleicht nicht machen. Da eventuell nochmal 10, 20 Sekunden warten vom Losfahren. Ja, schön ist natürlich die Fallnavigation im Display jetzt. Da kann ich doch hier rumfahren, wenn der mich anders rumschicken will. Oder noch nicht. Doch, jetzt hat er es. Na, da passt er jetzt. Yalla! Ja! 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 Das ist halt einmal so schön geschmeidig hier mit dem dicken Boxer. ... Jangan! Da war der Rabia ist wieder Zugang hinten. Ein schönes Stück Strecke hier, ich glaube die sind noch einen Tag voll gefahren, bei der Ausfahrt. Links abbiegen soll ich hier, da ist aber nichts. Da war nichts zum Abbiegen, da war ein Tor, was soll ich da denn machen? Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Naja, hat noch ein bisschen Spaß gehabt jetzt. Wenn ihr auch ein bisschen Spaß hattet mit dem Spaß-Video, lasst mir doch einen Daumen da. Und über jeden neuen Abonnenten freue ich mich tierisch. Bis dahin, tschüss, bye-bye, euer Himmi.